Guten Tag, das Jahr 2023 bringt uns wieder Änderungen. Mein Name ist Herbert Goldbach und ich gehe nur ganz kurz darauf ein, weil es nicht viel gravierende Sachen sind. Zum Jahresende, das ist in dieser Präsentation nicht dargestellt, weil es erst im Oktober kommt, wird in Nordholz TMZ RMZ neue Aktivierungen geben. Schaut euch das an, wenn ihr dort fliegt. Die RMZ Haßfurt wird gestrichen, der komplette Luftraum, Ecke im Bereich Bamberg und Haßfurt wurde neu geordnet. Paderborn wird nach Osten im Luftraum Ecke 1000 Fuß AGL erweitert. Schwäbisch Hall, eine Erweiterung des Luftraum Echos in 1000 Fuß und im Bereich Mannheim, östlich Mannheim, hat man ebenfalls Ecke auf 1000 Fuß neu gestaltet. Hier müssen wir sehr genau aufpassen. Was aber noch viel wichtiger ist, wir haben jetzt in der Zeit, ja man kann ruhig sagen, der politischen Umbrüche im Osten, verstärkten Militärverkehr, verstärktes Training, die EDRs werden anders belastet, als wir es gewohnt sind. Es gibt keine großen Beschränkungen mehr, Samstag, Sonntag, Feiertag. Achtet darauf, nicht in diese Lufträume einzufliegen. Beachtet bitte auch die Umgebung und die Nahbereiche der großen militärischen Flughäfen. Hier möchte ich nur die Rammstein Airways erwähnen. Das wird jedem klar sein. Also, fliegt vorsichtig, macht eine gute Flugvorbereitung und achtet auch auf die politischen Dinge. Denn hier ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht durch militärischen Verkehr in Gefahr kommen und dass wir auch andersrum den militärischen Übungsverkehr nicht gefährden. Dankeschön und ich wünsche allen ein gutes 2023. 2023